Das ist Dioza, Göttin, heißt sie. Und sie ist eine Göttin. Die Hunde ist sehr, sehr hübsch. Sie ist noch etwas vorsichtig, nicht immer. Also wenn ein Fremden kommt, der kommt, ihm oder sie zu riechen, das schafft sie sehr gut. Das ist eine sehr kleine Galga, sehr klein, 56 Zentimeter hoch, nächste Spanierin. Chica? Dioza? Sie kommt von einer Galga, aber sie macht das toll. Sie macht das sehr, sehr gut.